Hallo liebe Leute, was geht ab? Euer Marco wieder hier zurück am Start. Ich bin immer noch am Forster Horizon 4 zocken und wir haben uns ein neues Kfz geholt. Den VW B-1963 VW KVT TJPE Typ 2D DE Lexus. Wir haben hier in der Boliden, also in der Bude, 716 KW. Ich muss kurz mal das ausrechnen, okay? Alexa? 716 KW in PS. 716 Kilowatt sind 959,2 PS. Okay, 959,2 PS haben wir in der Bude. Ist schon ordentlich. Das kostet uns 113.850. Ab da rein. Ja, jetzt müssen wir uns noch so eine, einen Moment, so eine Lackierung suchen. Das suchen wir jetzt mal da. Lackierung suchen. Schauen wir, was für eine Lackierung wir haben. Also wir haben die da. Schwarz. Wir haben Hippies. Wir haben Pink. Wir haben... Ah, das mache ich. Oder das. Ja, das. Reingebaut. Ich bin noch... Ich stelle noch 17,30 auf, ne? Fuck. Ich kipp die um, wenn ich die hier hinten stelle. Ja. Wenn ich die hier hinten stelle. Ich kipp die um. Jetzt haben wir alles reingebaut. Ach, hier. So. Gehen wir mal auf der... Auf mit denen auf der Straße. Hört sich schon geil an. Gucken, ob ich den noch tiefer machen. Boah, ist schon tief. What the fuck. Ist schon die Maximum am Tiefe. Sieht man da ziemlich schnell, wie schnell ich fahre. Ich gucke mal ein Rennen fahren. Austesten. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Na, du weh denn. Machst du das hier? Nehmen einfach mal. Genre. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Peter ist fertig Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020